Nachdem der Sommer gefühlt viel zu kurz ausgefallen ist, haben wir uns überlegt, wir zelebrieren den Sommer so richtig mit unserem Summer Celebration. Wir haben drei Gastredner eingeladen aus dem ISAF Movement. Alle kommen aus der Schweiz und alle haben in dem Gepäck eine Herzensmessage. Ich habe sie nämlich gefragt, was ist euch ganz besonders auf dem Herzen für uns hier in München? Und wenn du schon öfters in unseren Gottesdiensten warst, weißt du, auf unsere Bühne kommt kein Prediger ohne eine Challenge. Ich trainiere dafür schon seit Monaten. Ich schwitze, weil ich fordere die Jungs so richtig raus. Du sollst auf keinen Fall diese kreativen Gottesdienste verpassen. Und nachdem ich alles geben werde in dieser Serie, brauche ich danach unbedingt Urlaub und werde auf dem United Camp mit euch gemeinsam mich dann erholen. Verpasst es nicht, komm vorbei in unseren Gottesdiensten Summer Celebration 2013 mit dir, deiner Badehose und hoffentlich deiner Sonnebauer.